Hallo, wir sind hier nachts. Es ist ganz freaky hier. Aber zum dritten Mal machen wir ein neues Zugverkehr-Video zwischen Bad Vilbel-Süd und Bergersheim. Aber ich muss es. Okay. Ganz schön freaky hier. Nachts zwischen Bad Vilbel-Süd und Bergersheim. Oh Mann. Ob jetzt ein Zug kommt, weiß ich das nicht. Aber lass uns zum ersten Zug. Oh. Jetzt kommt. Ich denke mal, das ist ein Güterzug. Ich weiß nicht, ob das ein Güterzug ist oder nicht. Aber es ist eine alte Lok. Nein. Ich hoffe mal, das war eine Baureihe 185. Mit gemischtem Autozug. Nachts verkehren auch Güterzüge. Wisst ihr? Den Zugverkehr zwischen Bad Vilbel-Süd und Bergersheim. Nachts finde ich mal wild. Jetzt ist es einmal ganz laut. Ganz schön lang, der Zug. Och. Schon gut, dass es vorbei ist. Nachts können die nicht toben. Alexandra hat schon Makroarm gemacht, aber der hat es nicht gesehen. Ab zum nächsten Zug. Ein Glühwürmchen. Den kann ich immer nachts. Och. Ich kann ein Glühwürmchen finden. Sehen Sie noch. Hier glüht. Und strellt. Hier sind noch mal ein paar Glühwürmchen. Na? Es ist so gut. Och. Noch ein Glühwürmchen da. Aber ihr könnt hier nicht sehen. Es ist schon ganz dunkel hier. Och. Noch ein Glühwürmchen. Noch ein Glühwürmchen. Nein. Es sind ganz viele Glühwürmchen her. Hier. Und das war es mit Zugverkehr zwischen Matfilbysügel und Berghersheim. Nachts. Im dunklen Himmel. Und noch ein Glühwürmchen ist da. Wir waren schon auch genug Glühwürmchen beobachten. Und wir verabschieden uns von diesem Video. Von Zugverkehr zwischen Matfilbysügel und Berghersheim. Hashtag 3. Danke. Danke fürs Anschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.